So Leute, besuche Reality Tree und Harrods Sanctum im Verlauf eines Matches. Das Ganze machen wir meinen Tipp und das habe ich in der Wochenaufgabe auch schon gesagt. Als erstes hier bei Reality Tree London. Wir gucken mal, ob das Ganze funktioniert und reicht. Und da hinten sehe ich auch schon ein Auto und Whiplash. Da möchte ich auch gerne hin. Ich habe in dem Video das Problem gehabt, dass ich keine Fahrzeuge gesehen habe, beziehungsweise mir wurden keine angezeigt. Aber hier geht das jetzt. Und da seht ihr, haben wir jetzt das Erste schon geschafft. Und by the way, das möchte ich auch nochmal sagen, falls ihr die Woche drei Aufgaben euch bei mir auf dem Kanal gerade schon angeschaut habt. Das Problem ist aktuell echt, dass der Leap komplett ein anderer war. Also es hat sich komplett verschoben, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. So Harrods Sanctum, Lirum Larum. Ich habe es schon markiert und ausgewählt. Ihr seht, ich bin direkt bei Reality Tree gelandet. Genauso wie ich es auch in dem ersten Leap Video gesagt habe. Und jetzt fahre ich zum Harrods Sanctum. Du könntest es auch andersrum machen. Du könntest natürlich erst dort bei Harrods Sanctum landen und dann, ups, da schießt schon einer auf mich, und dann mit dem Wirbelsturm dich zur Reality Tree durchkämpfen. Aber so rum ist es besser, weil du findest halt dort oder bei der Tankstelle immer mal einen Whiplash. Und schau mal hier, du brauchst im Prinzip nichts machen, außer dann da hinzufahren. Und der Wirbelsturm selber, oder Tornado, könnt ihr sagen, wie ihr wollt, der wirbelt dich ja nur ein Stück weit. Also du schaffst es halt nicht und landest dann im Zweifel noch bei Tilted Towers. Und dann ist sowieso ein Knockout, wenn da halt jemand schon auf dich wartet und lauert. Also insofern, ich glaube, das ist hier die beste Option, die beste Lösung, der beste Weg. Schaut mal, jetzt müsste ich auch eigentlich schon gleich da sein. Zack, da hat es gezählt. Habt ihr gesehen? Also alles relativ easy und entspannt. Aber ich markiere es euch auch gerne nochmal ganz kurz. Reality Tree, einfach hier gelandet. Und hier auf dem Parkplatz hat er in der Regel schon Autos stehen oder hier in der Garage. Und dann macht ihr euch einfach auf den Weg zu Harrods Hanklum und dann war es das Ganze. Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.